Hallöchen, Popöchen auf dieser wunderschönen Map mit dem unfassbar attraktiven Meier. Es ist richtig unnötig, dass wir diese Map haben. Ich glaube, es wird interessant. Es wird interessant, wenn es darum geht, Leute vom Generator abzuziehen. Ich frage es nur, ob die Person mich da sieht. Das hat nicht gut funktioniert. Ich muss tatsächlich schnell auf irgendeiner Diabolikstufe kommen, weil sonst haben wir ein Problem. Geil mich auf. Ich will dich. Nein, hallo! Ich bin nur in den Kopf! Hallo! Danke. So muss das. Aha! Das war brutal. Was ist deine Intention? Füße. So, wir haben uns ein bisschen an ihr aufgegeilt. Ich nehme das Fenster. Ja! Oh! Der dort! Katana. Da musst du aber dein Schwert noch ein bisschen schärfer schmieden. So, wir sind fast auf Diabolik 3. Gut, fast ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Wir kommen, Diabolik 3. Immer näher. So, und wir haben kein Ruin. Könnte ein bisschen schwierig werden. Äh, wir lassen uns überraschen. Komm, nehmen wir irgendein Fenster hier oder so. Oh, hier ist kein kein Fenster. Ja, awesome. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich... Das war alles nicht so geplant. Warum lächst ihr mich bescheuert? Boah, mein Magen knurrt so laut, ne? Da würde mich nicht wundern, wenn ihr das nicht hört. Wenn ihr das hört, so. Ich habe übrigens total falsch gespielt. Will ich nur mal anmerken. Jetzt bleibe ich... Oh, jetzt hast du bestimmt Ding ins... Naja, dann ich... Ich habe das Gefühl, ich bin super lahm mit ihm. Ich denke, das täuscht nur. Ich hätte gerne Gedenkinstitut gespielt im Spiegel, aber ich habe keine Gedenkinstitut-Opfergabe. Warum sollte man die auch bekommen? Hi. Na? Schon versteckt? Ich glaube, hier oben war auch jemand noch im Haus. Ja, okay. Wie die einfach schon... Drei Gems fertig haben. Ich glaube, hier war noch oben einer, oder? Oh, hier ist denn gerade ein Rabe weggeflogen, ist der Dings? Ja, ich gehe gleich weg. Ja, ja, ja. Nein, anscheinend nicht. Doch! Hier war eine Person. Ja, siehste. Die will ich ja sowieso nicht haben, aber... Ich kann mich ja mit ihr amüsieren. Und die Spuren. Okay, so langsam macht den, äh... Lale beizuschaffen. Die da oben ist aber wirklich ein... Okay. Oh, nein. Sie hat Dingens mit. Wow. Die lassen wir auch den Boden. Schwönen können, ich hätte hier jemanden gehört. Oh, nein. Der ist leider... Der ist... Den finde ich leider nicht mehr geil. Oh, den finde ich doch geil! Oh, shit. Ich dachte wirklich, der ist ausgelutscht, ne? Das war so nicht geplant, meine lieben Freunde. Komm her, süßer. Komm her. Spüre die klingelnde Schmerz! So, hier ist irgendwo noch eine Fengmin... rumgedüst. Lade bei läuft noch. Ich glaube, das rette ich mir gerade so leicht den Arsch. Okay, hier ist irgendwo... Ja. Hä, was ist denn jetzt hier weggeflogen? What the fuck? Oh, du bist weggeflogen! Tschüss! Hä, da ist doch gerade ein Rad weggeflogen! Wie kann das sein? Da muss jemand sein! Ich glaube, unten ist auch jemand im Keller. Also an dem Jen. So, jetzt ist es auf fünf. Ich finde vier tatsächlich schwieriger als fünf, ich persönlich. nicht. Ich habe dich erblickt. Oh, dich kriege ich, Zora. Holy moly! Oh! Dieser Moment! Oh, Katana. Oh, da ist eine andere gestorben. Das tut mir leid. Die war ein bisschen... Nicht gierig. Sie ist ja gegroucht, ne? Allerdings habe ich sie trotzdem gesehen. In meinem Auge entgeht nichts. Ich will jetzt gucken, ob die jetzt nochmal hier lang gehen. Anscheinend nicht. Okay. Dann gehen die andersrum. Ich gehe schon, ich gehe schon, ich gehe schon. Ich gehe schon, ich gehe schon, ich gehe schon. Ich denke mal, die gehen außenrum. Nicht? No? Hallo? 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 Tja. War doch einer. Dort in der Nähe. Never mind. Ich habe jedes Mal Angst, dass wenn ich zur Lale beischaue, ich mir denke, fuck, die Leute können ja in den Stream schauen. Aber nein! Ich streame ja nicht. Jetzt schaue ich auch gerade in die Kamera. Macht auch wenig Sinn. Ohne Scheiße, das hat sich gerade so angehört, als würde... Oh! Oh! Dich haben wir noch nicht angeschleckt. Das muss sich ändern, mein Freund. Ich möchte an dir nippen. Hallo? Ich möchte an dir nippen. Hihi! Reicht sie da? Ja. Ja, jetzt höre ich dich. Hast du gemerkt, ich... Oh nein, ich habe dich doch nicht. Was ist dein Plan? Oh, der hat... Hä? Er war ja kurz davor... Ich bin verwirrt. Weil er kurz davor, sein Ding hinzubekommen... Manchmal bleiben... Manchmal laufen die... Ähm... Die Sovairer ja auch... Beziehungsweise gehen... Ähm... Weil die gerade nicht laufen können. Das hatte ich jedenfalls schon. Ja, dann gehen wir wieder zurück, ne? Ich weiß nicht, wo die Fengming ist. Ah, scheiße. Da sind zwar Fußspuren, aber... Die Fußspuren... Oh, ich will dich gar nicht. Hast du das? Nee, kannst du ja gar nicht haben, ne? Eigentlich will ich diejenige bekommen, die dich aufge... Die dich abgezogen hat, aber die habe ich leider nicht gefunden. Ja, mein... Dann gehen wir zurück zum Genver. Ich glaube, da wird eine Fengming sitzen. Oh... Da läuft jemand nach rechts. Oh! Komm, ich baue noch ein bisschen von deinem Saft. Oh, nein! Das ist aber spät aufgefallen. Ist in der Tat... Oh, Katana! Huh... Und die Arme... Das ist hier einmal wirklich spät aufgefallen. Holy moly, ah... Oh, 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 oh! Daалась fliegt ein Rabbe. Nei. Und die habe ich quasi auch noch nicht geleckt. Das müssen wir ändern. Komm her, Süße. Nein, wir abusen das Haus jetzt nicht. Uh. Uh. Oh. Oh. Ja. Nein. Nein, das hat nicht funktioniert. Ja, tut mir leid für den einen, den ich jetzt gedownt habe, der jetzt liegt und nichts machen kann. Ich dachte, er wird geholt. Ich habe Blutsprung gesehen, dass er hier entlang gelaufen ist. Allerdings habe ich gehofft, dass er vielleicht noch näher mit ihm gelaufen ist. Ich habe ja davor noch am Haken geschaut, ob mehr dort ist oder irgendeine, die von ihm, die ihn gerettet hat. Aber nee. Oh. Na, er darf die Luke bekommen, ne? Er ist doch böse gewesen von uns. Ist er böse gewesen, Junge? Ach so, ich dachte, die Luke braucht ja immer ein bisschen, um sich zu aktivieren, um sich zu öffnen, um die schwarze Seele zu präsentieren. Ähm, nee, tut mir leid für den, deswegen habe ich ihm jetzt auch die Luke gegeben. Wollte ihn einfach downen, damit die anderen was zu tun haben. Ja, hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, würde er einfach nicht gerettet wurde. Beziehungsweise vielleicht hat auch Feng Ming das versucht vorhin, wobei der Generator war ja ziemlich falsch. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, bei dem Jen, wo die Feng Ming dran war, ähm, nicht bei dem Jen, ich meine, ähm, bei, ähm, Lale-Buy ist mir aufgefallen, dass sie mehr Probleme mit, ähm, dem vierten Stack hatten als mit dem fünften. Na, als, ähm, der fünfte Stack durch war, hatten die gar keine großen Probleme mehr mit, ähm, mit den Fähigkeitschecks. Also, das fällt mir auch, aber dieser Ton verwirrt dich einfach nicht. Ich finde vier Teil, also, ich finde, ich finde die Stufe vier schwieriger als die Stufe fünf. Er fängt schon mit eins an, wo du merkst, so, ooooh, da ist irgendwas nicht ganz korrekt mit den Fähigkeitschecks. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr das seht, dann, äh, werde ich zu 99,9 Prozent, äh, in Israel sein, sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, in welchen Abstand ich die Videos hochlade, vielleicht in drei oder vier Tagen, keine Ahnung, weil ich ja doch, äh, etwas länger weg bin. Und dann hoffe ich, dass, äh, also ein Video werde ich jetzt auf jeden Fall noch, ähm, produzieren, wie sich das anhört, auch einfach aufnehmen. Und, äh, ich hoffe euch, ich hoffe euch vor allem, ey, meine Sprachen, wie gesagt, vier Uhr morgens, halb fünf war ich im Bett, neun Uhr bin ich wieder aufgestanden, weil ich noch was zu tun hatte. Ja, äh, mein Kopf ist nicht ganz da, aber ich hab Bock zu zocken. Also, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!